Hallo lieber Leon Schmidt, sammeln Freunde. Thema Karlsruhe SC. Zweite Bundesliga. 2022-2023. Zweiter Spieltag. Karlsruhe SC gegen 1. FC Magdeburg. Ergebnis 2-3. Startelf Karlsruhe SC. Eisley, Taiti, Gondon, Franke, Heise, Bartenhaupt, Wetzig, Kondorf, Guedo, Rosmann, Schleusener. Startelf Erselte Magdeburg. Reimann L. Hancory. Sechelman. Bittorf. Bellbell. Müller. Krepiki. Kondek. K. 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 A. T. 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 gegen R.S.F.D. Markenburg 21 Uhr 24